Fliegen in Terror? Ja, fliegen in Terror. Ich weiß nicht, warum der nicht kämpfen will. Ich weiß es, ich verstehe es echt nicht, warum die nicht kämpfen wollen, teilweise. Ich weiß es. Ich habe auch außerdem irgendwie so das Gefühl, je mehr Held nicht ausbildet, desto mehr Viehzeug kommt. Ah! Leave my gold alone. Mark! Aha! Majesty, der Logo-Blacksmith offers new services. Your Majesty, our new building is complete. Your Highness, our research in the library is complete. Äh, warum ziehen sie sich jetzt wieder zurück? Your Highness, our research in the library is complete. Margold, Your Majesty, hot sir, bright sir. In the name of the Sovereign. Majesty, the local blacksmith offers new services. Aha! Sovereign, your marketplace now serves you better. So, Island Trading Post for healing potions. Your Highness, our research in the library is complete. Task collector. So, Schmiede noch einmal upgraden, da können wir Zwerge. Ja? Majesty, the palace is under seat. Evil is not. Evil is not. This is tough fight. I'm melting. In the name of the Sovereign. I'm melting. In the name of the Sovereign. Your Majesty, our new building is complete. Also noch ein Barrow haben wir gefunden hier unten. Und da ist noch eins. Also zwei von... ... ... Okay, bevor mir die Ratte noch mehr stiehlt. Ja, der nervt mich schon wieder übrigens. Ne, das ist nur Dark Castle, kein Barrow. Vielleicht kann ich ja die Moral meiner Helden wieder mit einer Statue heben. Zwei Barrowes habe ich gefunden bis jetzt. Majesty, the local blacksmith offers new services. Your Majesty, a new building is complete. Oh. 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 Erdbeben werden wahrscheinlich nicht schlecht, um die Barrels schnell einzureißen. Im Namen der Sovereign! Wollt ihr mir ehrlich gesagt, dass der Drache uns schon wieder hier kaputt macht, weil ihr zu feige seid, gegen ihn zu kämpfen? In der Name der Sovereign! Ihr Majesty, eine neue Gebäude ist complete! Sovereign, eine Gebäude ist geöffnet! Ihr Majesty, eine neue Gebäude ist geöffnet! Sovereign! 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 My services may help. Eben hier mal die Burrows, die ich schon aufgedeckt habe. Das sind drei Stück bis jetzt. Unwelcome guest. Oh, ich habe einen Weg. Das ist ein Weg, die fällt mir gerade so auf. Kommt schon, findet mir den letzten Burrow und dann macht sie kaputt. Das sind noch drei Tage, es fehlt noch ein Burrow. Und natürlich Leute, die die Burrows einreißen. Und das war mein Dwarven Settlement da oben. Doraus. Doraus. Ich habe das letzte Burrow immer noch nicht gefunden. Nee. Ja, schön, dass Evo gewonnen hat. Einen Tag noch, den schaffe ich niemals. Vor allem jetzt spawnt hier überall wieder Viehzeug. Nein. Nein. Ich gehe mit den wilden Spiriten. Ich bin der Name der Sovereignsten. Die Unbekannten. Also ganz ehrlich, was beim dritten Burgo alles auftaucht, das ist unmenschlich. Guckt euch das an. Da guckt, 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 da überall tauren. Überall tauren, die alle auf Weinen. Ja. Wir haben verloren. Okay, ich mache hier erstmal wieder einen Cut, lesen wir nochmal den Walkthrough zu dieser Mission durch und dann gucken wir nochmal, wie wir das hinkriegen. Also, bis gleich. Bis gleich.